Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmierlernen. Heute geht es um Lazy Evaluation. Lazy Evaluation, wenn ihr da drauf stoßt, das ist ein Programmierkonzept, das viele Sprachen, vor allem viele funktionale Programmiersprachen, was das ist, werden wir noch später behandeln, schon verinnerlicht haben, was aber echt ein geiles Konzept ist, was aber leider noch nicht so ganz durchgedrungen ist zu Konsorten wie Java, C++ oder Python, hat es auch noch nicht ganz übernommen, hat aber die Möglichkeit schon zu so etwas. So, ich möchte euch heute zeigen, was es ist und ja, vor allem in Python kann man das super zeigen, deswegen werden wir heute die Python Notation benutzen, genau, okay, also es kann teilweise ewig gehen, bis eine Liste, List ist gleich, bis es eine Liste komplett ausgewertet wurde, das heißt, ich kann hier zum Beispiel verschiedene Werte drin haben, 42, 1337, so und jetzt kann ich hier natürlich auch noch so Sachen wie ein String reinpacken, aber manchmal habe ich für meine Berechnungen hier sehr, sehr lange, zum Beispiel kann ich mir eine Endlosliste oder sowas kreieren, also ich kann sagen 2 bis 1000 oder sowas und kann dann auch noch irgendwelche Berechnungen dafür machen, wie das funktioniert, werden wir noch irgendwann anders uns angucken, was aber sehr, sehr interessant ist, man kann in Python zum Beispiel auch einfach sagen, Time.Sleep und zwar 3 Sekunden, das bedeutet, der erste Wert unserer Liste ist 42, der zweite Wert unserer Liste ist 1337 und der dritte Wert ist einfach irgendwie von einem Sleep entstanden, Was macht Sleep? Sleep legt einfach das Programm 3 Sekunden lang aufs Nichtstun, auf Eis, das macht einfach gar nichts, es wartet halt einfach. So, und Lazy Evaluation würde jetzt bedeuten, wenn ich, sagen wir einfach mal, folgendes mache, Print, dann gebe ich diese Liste an, Achtung, wenn ich die Liste in der Variablen speicher, ist das nochmal ein bisschen was anderes, aber jetzt sage ich einfach, ich möchte den ersten Wert aus meiner Liste ausgeben, das heißt, eigentlich will ich bloß 42 ausgeben, ist ein sehr konstruiertes Beispiel, aber wir werden uns noch angucken, wann das auch wirklich interessant ist, zum Beispiel, wenn so eine Listenberechnung, also eine Liste wird generiert und braucht von mir aus eine Stunde, bis die Liste generiert ist, aber ihr braucht auch nicht alle Werte, weil ihr gar nicht so viel Speicherplatz habt. Und dann ist Lazy Evaluation sehr, sehr sinnvoll, das Konzept, aber leider kann das so noch nicht funktionieren, werden wir uns aber noch alles angucken. Okay, was das jetzt ausgeben soll, ist genau 42, mehr nicht, nämlich das erste Element unserer Liste, hier vorne das da. Man würde erwarten, dass das sehr, sehr schnell geht, denn 42 auszugeben ist ja kein Problem. Das Problem ist, dass eben genau nicht Lazy Evaluated wird, sondern Eager Evaluation, also Eager Evaluation. Das ist das Gegenteil von Lazy Evaluation, sprich, die Liste wird komplett gebaut, bis sie fertig ist und danach erst wird das 0. Element ausgegeben. Also sprich, es wird 42 in die Liste reingeschrieben, es wird 1337 reingeschrieben und danach wird halt 3 Sekunden gewartet, weil ich das hier so gesagt habe. Das funktioniert tatsächlich und dieses Print würde in Python 3 Sekunden, ein ganz kleines bisschen länger als 3 Sekunden brauchen, aber würde am Ende 42 ausgeben. Wenn wir jetzt hier Lazy Evaluaten würden, also wenn wir wirklich faul auswerten würden, dann würden wir sagen, hey, von dieser Liste hier brauche ich aktuell nur das allererste Element, nämlich die Stelle 0. Das heißt, diese Stelle wird nicht ausgewertet und diese Stelle wird auch nicht ausgewertet. Erst wenn ich hier reinschreibe, ähm, 2, dann würde diese time.sleep3-Funktion aufgerufen werden, davor aber nicht. Das heißt, bei 0 sollte hier keine Sekunde vergehen und ich müsste meinen Wert auf dem Bildschirm haben. Warum ist das sinnvoll? Sagen wir mal, ihr habt hier eine eigene Funktion reingeschrieben, zum Beispiel foo, Klammer, Klammer, und foo berechnet euch irgendeinen Wert. Und das heißt, äh, Function foo berechnet, keine Ahnung, ups, falsche Klammern, berechnet euch irgendeinen Wert, also zum Beispiel einfach return 1 oder sowas. Das kann man durchaus in eine Liste auch reinschreiben, das ist alles kein Problem, zumindest in Python funktioniert das ohne Probleme. Ähm, aber jetzt natürlich, wenn ich hier sage, das dauert 3 Sekunden und time.sleep dauert einfach immer so lange, wie ich es angiebe. Also wenn ich hier time.sleep3 mache, dann geht das immer 3 Sekunden. Ja, dann wäre es natürlich cool, wenn das lazy ausgewertet würde, ausgewertet werden würde, ähm, weil ich dann die hinteren beiden Werte nicht machen würde. Ähm, das kann man auch erreichen in Python, aber wie gesagt, es ist zum Beispiel hier noch nicht drin. Und andere Sprachen haben das Ganze schon. Okay, ähm, so viel als erstes mal, damit ihr wisst, was lazy evaluation ist und warum das Ganze sinnvoll ist. Vor allem stellt euch mal vor, wir haben hier eine Endlosliste, das heißt, wir sagen einfach, wir wollen 1 und dann aufzählend alle Werte, also unendlich viele Werte. Das schreibt man manchmal so, manchmal schreibt man das auch anders, zum Beispiel, äh, kann man in Python auch schreiben, x for x in range. Ja, und dann müsste man hier jetzt eben eine Range angeben. Ich möchte natürlich unendlich drin haben, ähm, stellt euch vor, wir haben eine unendliche Liste, dann geht das natürlich hier so auch wieder nicht. Da wäre dann lazy evaluation sinnvoll. Werden wir uns aber noch genauer angucken mit den Generatoren. Ich weiß gar nicht, ob wir die in der Serie machen. In Python haben wir das auf jeden Fall schon gemacht. Aber nur damit ihr wisst, was dieses Programmierkonzept auf jeden Fall beinhaltet. Ähm, wenn wir Listen erstellen oder irgendwelche anderen Datenstrukturen erstellen, die sehr, sehr, sehr lange dauern, bis sie ausgewertet sind, dann, ja, ihr wisst sozusagen, von was die Rede ist. Wenn ihr das mal seht, ihr wollt ja hier alle Sprachen sozusagen lernen. Ähm, gut, das ist es eigentlich auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen den Sinn und wie das ganze Konzept dahinter ist verstanden. Nämlich einfach nicht alles auswerten, sondern immer nur das, was ich auch tatsächlich brauche. Das heißt, wenn ich jetzt hier for x in range ganz, ganz viele Zahlen, ähm, ganz, ganz viele Nullen, wenn ich hier das hier mache, dann werte ich tatsächlich einfach nur die erste Stelle aus und die Liste wird nicht komplett in euren Speicher gelegt, sondern nur das allererste Objekt und alles andere ist nach dieser Berechnungsvorschrift zwar da, aber noch gar nicht vorhanden. Das heißt, ich weiß nicht, was irgendwie anstelle eine Milliarde oder sowas liegt, sondern ich weiß genau, was anstelle Null ist, weil ich anstelle Null auch angefordert habe. Deswegen faul, äh, weil man eben nur das auswertet, was man auch wirklich braucht. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.